So, wir waren stehen geblieben bei den nicht-deterministischen endlichen Automaten und was uns jetzt noch fehlt, um das Thema in gewisser Weise abzuschließen, ist eine klare Definition der Sprachen, die so ein Automat erkennen kann. Mein Name ist Markus Krötzsch, herzlich willkommen zurück zur Videoserie zum Thema formale Sprachen und Automaten. Ja, und was wir im Prinzip ja schon getan hatten, war es intuitiv darüber zu sprechen, was so ein nicht-deterministischer Automat tut, nämlich, dass er, wenn mehrere mögliche Übergänge zur Verfügung stehen, im Prinzip jede mögliche Abfolge von Zustandsübergängen betrachtet und wenn auch nur eine davon Erfolg hat, dann hat der Automat als ganzes Erfolg. Anders gesagt, der Automat rät, wenn es denn überhaupt irgend möglich ist, immer den Übergang, der zum Erfolg führen wird und das bestimmt letztlich sein Akzeptanzverhalten. Gut, das kann ich auch ein bisschen genauer definieren, so ähnlich wie wir es auch schon bei endlichen Automaten, die deterministisch sind, getan hatten, nämlich, indem ich zunächst mal sage, was eigentlich ein Lauf von einem NFA sein soll. Sie erinnern sich, wir hatten solche Automaten dadurch bestimmt, dass wir ihre Übergangsfunktionen, ihre Startzustände, ihre Endzustände und natürlich die Menge der Zustände und das Alphabet selbst angegeben haben. Und wir können jetzt sagen, was es bedeutet, wenn so ein Automat einen Lauf auf einem Wort W aus den Terminalsymbolen Sigma 1 bis Sigma N einliest. Ja, was ist da ein gültiger Lauf? Und das soll sein, eine Folge von Zuständen natürlich, die der Automat der Reihe nach einnimmt, sodass der 0. Zustand ein Startzustand ist. Das heißt also, wir beginnen am Anfang mit einem Startzustand. Sie erinnern sich, es gab mehrere Möglichkeiten, Startzustände sind hier eine Menge, man darf also wählen, wo man beginnt. Und das ist also einer unserer Startmöglichkeiten. Dann soll weiterhin gelten, für alle i von 0 bis kleiner m, also bis m minus 1, m ist hier die Länge dieser Zustandsfolge, dass jeweils der nächste Zustand Q i plus 1 einer der Zustände ist, die ich erreichen kann, wenn ich im Zustand Q i bin und dort das entsprechende Zeichen Sigma i plus 1 lese. Das ist also in keinster Weise überraschend. Das ist genau das, was wir auch in den Beispielen schon getan haben. Der Lauf entsteht, indem man in jedem Schritt einen der möglichen Folgezustände auswählt. Sie sehen aber schon, ich spreche hier von Zuständen Q 0 bis Q m. Das Wort hat aber die Länge Sigma 1 bis Sigma n. Wieso habe ich hier ein n und da ein m? Warum sollte die Länge des Wortes nicht genau gleich sein mit der Länge der Zustandsfolge plus 1, weil ich einen Startzustand habe? Und naja, der Grund ist auch einer, den wir schon am Beispiel gesehen haben. Es kann natürlich auch sein, dass der Automat stecken bleibt und deshalb der Lauf früher endet, als das Einlesen des Wortes beendet gewesen wäre. Es gibt also zwei Fälle. Der erste Fall ist, das ganze Wort wird eingelesen. Also m ist die Länge des Wortes, die wir mit n bezeichnet haben. Der zweite Fall ist, dass m, der Index des letzten Zustands, im Lauf echt kleiner ist als die Länge des Wortes und dass der Übergang oder die Übergangsfunktion für diesen letzten Zustand und das Symbol, was dazugehört aus dem Wort, eine leere Menge geliefert hätte. Das heißt, der Automat ist einfach stecken geblieben und konnte den Lauf in dem Sinne nicht bis zum Ende des Wortes fortschreiben. Ein Lauf ist jetzt akzeptierend, wenn er tatsächlich das ganze Wort bearbeitet hat und zusätzlich der letzte Zustand, den ich hier mit qn bezeichne, ich könnte dann auch qm schreiben, die beiden sind ja gleich, ein n-Zustand ist. Falls es kein akzeptierender Lauf ist, dann nennen wir den Lauf verwerfend. Damit sehen wir also, ein endlicher Automat, der deterministisch ist, ein dfa, hat genau einen Lauf für jedes Wort und akzeptiert, wenn dieser eine Lauf akzeptierend ist. Ein nfa dagegen kann für ein Wort mehrere Läufe haben und akzeptiert, wenn zumindest einer davon akzeptierend ist. Das heißt also, akzeptierend ist stärker als verwerfend im gewissen Sinne. Als nächstes können wir mit dieser Definition von Lauf einfach definieren, was die Sprache sein soll, die so ein nicht-deterministischer Automat beschreibt. Es ist einfach nur die Menge aller Wörter w, für die es einen akzeptierenden Lauf gibt. Auch das ist das, was wir im Prinzip auch schon vorher gesagt haben. Okay, Beispiel. Wir haben dieses Beispiel beim letzten Mal betrachtet und hatten schon zwei mögliche Läufe uns angeschaut. Es gibt noch einen dritten für die Eingabe 011 und der ist so, dass man auch wieder im Startzustand Q1 beginnt und dann den 0. Übergang natürlich nimmt, weil das der einzig mögliche ist. Und jetzt aber wieder den ersten wählt, wie wir es schon mal getan haben, aber beim zweiten Mal noch einmal den ersten der beiden 1-Übergänge hier wählt, sodass man nach Abschluss des Lesens immer noch im Zustand Q1 ist und nicht im Zustand Q2. Und damit wäre das also auch ein verwerfender Lauf, aber diesmal nicht, weil er zu kurz ist, sondern weil kein Endzustand erreicht worden ist. Das sind also die beiden Möglichkeiten, für einen Lauf verwerfend zu sein und in der Mitte die eine Möglichkeit, um akzeptierend zu sein. Und trotzdem gewinnt hier akzeptieren, dass die Eingabe wird akzeptiert. Okay, gut. Sie können auch sehen jetzt, was Sie sicherlich auch schon erkannt haben, dass die Sprache dieses Beispielautomates L von M sich so darstellen lässt, dass es also eine beliebig lange Kette von Nullen und Einsen, an deren Ende eine Eins stehen muss. Und der Nicht-Determinismus besteht genau daran, dass man, wenn man das Wort von vorne liest, nicht weiß, welches das letzte Symbol sein wird. Also das heißt, man muss nicht deterministisch entscheiden, ob das, was jetzt gelesen wird, wenn es eine Eins ist, schon die abschließende letzte Eins ist, die am Ende verlangt wird, oder ob es nur eine der Einsen in der Mitte des Wortes ist, die nicht am Ende stehen und nach denen man noch mehr lesen muss. Und vor allem nach denen auch wieder Nullen erlaubt sind. Okay. Das ist also ein relativ typischer Fall. Und auch, wie Sie sehen, einer, der, wenn man so von vorne liest, in der Praxis auch durchaus auftauchen könnte. Also es ist einfach nur gefordert, dass eine bestimmte Zeichenkette am Ende steht, bei andernfalls beliebigen Zeichen in der Mitte des Wortes. Okay. Gut. Ich möchte an der Stelle nochmal was sagen zu diesem Formalismus, den Sie hier sehen. Das sind die Syntaxdiagramme gewesen. Ich hatte das mal am Anfang erwähnt, als eine alternative Darstellung von Sprachen, die in Lehrbüchern auch gerne mal verwendet wird. Und da hatte ich dieses Syntaxdiagramm hier gezeigt. Also wir lesen einen Buchstaben und können anschließend entweder direkt aufhören oder einen weiteren Buchstaben oder eine weitere Ziffer anhängen, so oft wir das wünschen. Und es stellt sich heraus, auch wenn diese Syntaxdiagramme zunächst einmal anders aussehen als Automaten, dass sie sehr viel mit Automaten gemein haben und dass sie im Prinzip sich durch Automaten darstellen lassen, aber eben durch nicht-deterministische Automaten eher als durch deterministische. Wie funktioniert das? Naja, ein bisschen Überlegung zeigt das wahrscheinlich relativ schnell, wie das mit Automaten zusammenhängt. Im Wesentlichen ist hier nur die Idee, dass die Pfeile, die Übergänge und die Knoten, die in dem Fall hier die Symbole darstellen, beim Automaten genau andersherum definiert sind. Das heißt also, die Pfeilstrecken im Syntaxdiagramm sind letztlich die Zustände, das sind die Orte, an denen man bei der Erzeugung sich befinden kann, an denen gerade die Erzeugung steht. Wohingegen die Knoten im Syntaxdiagramm lässt sich Übergänge im Sinne der Automaten darstellen. Das heißt also, jedes Mal, wenn ein Knoten durchlaufen wird, muss etwas generiert oder gelesen werden, je nachdem, wie ich das auffasse. Das heißt also, mit dieser farblichen Darstellung, wie ich es hier habe, können Sie es ziemlich gut sehen, hoffe ich. Sie haben die drei Knoten hier oben als drei Übergänge und die zwei zusammenhängenden Pfeilbereiche als zwei Zustände in diesem Automaten. Und Endzustand ist jeder Pfeilbereich, von dem aus es einen Ausgang aus dem Syntaxdiagramm gibt, während Anfangszustände die Bereiche sind, für die es Eingänge gibt, also die aus dem Nichts kommen hier. Okay. Gut. Und so können Sie also das ganz einfach hin- und zurückübersetzen und sehen, dass es das Gleiche ist letztlich. Ich hatte aber gesagt, wir brauchen hier Nicht-Determinismus und das sieht man an diesem Beispiel nun gerade nicht, denn das, was wir als Automaten erhalten, ist ein deterministischer Automat. Wo ist also der Nicht-Determinismus? Und das können Sie gut sehen, wenn Sie mal ein anderes Syntaxdiagramm betrachten, bei dem die Reihenfolge dieser beiden Aspekte hier vertauscht ist. Hier haben wir also ein Diagramm, bei dem zuerst eine freie Wahl besteht zwischen Buchstaben und Ziffern und anschließend am Ende des Wortes ein Buchstabe folgen muss. Und wenn Sie das übersetzen, dann erhalten Sie ein Automat, der im Prinzip genauso aussieht wie das Beispiel, was wir für nicht-deterministische Automaten gerechnet haben, nur dass ich hier statt 0 und 1 Ziffer und Buchstabe an die Übergänge schreibe. Okay, und da sehen Sie, hier gibt es jetzt zwei mögliche Übergänge für Buchstabe aus Q0 heraus. Das entspricht dem Syntaxdiagramm, wo man Buchstaben an zwei verschiedenen Pfaden lesen kann. Und das heißt also, aus der Tatsache, dass als nächstes ein Buchstabe folgt, weiß man noch nicht, welchen Weg man jetzt hätte nehmen sollen. Und das ist der Nicht-Determinismus. Der ist also ein bisschen vielleicht versteckter im Syntaxdiagramm als im endlichen Automaten. Okay, gut, so können wir also Syntaxdiagramme als Automaten auffassen und umgekehrt. Oder als Darstellungen von Automaten, wenn Sie so wollen, als grafische Präsentation kleiner Automaten. Ja, wie immer, wenn das Ganze größer wird, können Sie das so sicherlich nicht mehr praktisch darstellen. Diese Zeichnungen sind wunderbar intuitiv, solange man Spielzeugbeispiele hat. Und sobald Sie in echte Grammatiken schauen, wird es in der Regel so umfangreich, dass es sehr schwierig ist, da den eigentlichen Sinn noch gut zu erkennen. Okay, als nächstes möchte ich noch ein bisschen über die Sprache und das Verhalten von nicht-deterministischen Automaten sprechen. Und zwar haben wir ja bei deterministischen Automaten bereits einen Ansatz gewählt, um die Sprache darzustellen, bei dem wir die Übergangsfunktion verallgemeinert hatten. Also wir hatten da gesagt, anstelle einfach nur ein einzelnes Symbol einzulesen und zu sagen, die Übergangsfunktion bringt uns von Zustand 1 zu Zustand 2, wenn wir ein A lesen, haben wir das verallgemeinert und gesagt, wir könnten auch ganze Wörter einlesen und sagen, wir gelangen von Zustand 1 zu Zustand 10, wenn wir das Wort W lesen. Und das war beim deterministischen Automaten immer deterministisch. Es war immer klar, wo man hingelangt, wenn man ein Wort einliest, mit der Möglichkeit, dass es undefiniert ist, wenn der Automat stecken bleibt. Das war eine partielle Funktion. Beim NFA ist die Situation ein bisschen anders und wenn wir hier von einzelnen Zeichen zu Wörtern verallgemeinern wollen, dann müssen wir in gewisser Weise an zwei Stellen verallgemeinern, wie wir gleich sehen werden. Zunächst mal müssen wir nämlich die Übergangsfunktion von einzelnen Zuständen verallgemeinern hin zu Mengen von Zuständen. Bisher hatte die Übergangsfunktion die Signatur, die sagte, wir sind in einem bestimmten Zustand und es kann sein, dass von diesem Zustand aus eine ganze Menge von Zuständen erreicht werden kann. Aber wenn wir jetzt mehrere Schritte machen wollen, dann sind wir ja schon im zweiten Schritt in einer Menge von Zuständen, wissen nicht genau in welchem und müssen von dieser Menge ausgehend alle möglichen Folgezustände anschauen. Das heißt, uns interessiert jetzt die Übergangsfunktion auf einer Zustandsmenge und die nenne ich mal R. Das ist also die Menge aller Zustände, in denen wir im aktuellen Abarbeitungsschritt uns befinden könnten. Und ich habe wieder ein Terminalsymbol A, ein Alphabetsymbol hier und ich definiere jetzt das Delta von so einer Zustandsmenge und diesem Symbol einfach nur die Vereinigung ist aller Zustandsmengen, in die ich gelangen könnte, wenn ich von einem Zustand Q, der in Delta sich befindet, ausgehe und dann das A lese. Also das ist einfach bloß die Vereinigung vieler möglicher Wege. Wenn ich schon nicht weiß, wo ich anfange, in welchem Zustand von R ich bin, dann habe ich eben alle diese Möglichkeiten, nachdem ich A gelesen habe im Prinzip. Also das sind die Optionen, die ich in Betracht ziehen muss, wo der Automat hingelangen könnte. Okay, und damit haben wir jetzt also die erste Verallgemeinerung gemacht von einzelnen Zuständen zu Mengen, aber immer noch mit einem Zeichen und jetzt wollen wir im nächsten Schritt von einzelnen Zeichen zu Wörtern verallgemeinern. Und das funktioniert so, wir gehen hier wieder aus von einer Zustandsmenge R und einem Wort W in Sigma-Stern und definieren jetzt Delta Rw als die Menge aller Zustände, die man erreichen kann, wenn man in einem Zustand aus R beginnt und anschließend das Wort W einliest. Also wir machen jetzt einfach mehrere Schritte dieser Übergangsfunktion hier oben und das funktioniert, weil das, was wir eingeben, nämlich die Zustandsmenge R, die gleiche Art von Objekt, ist wie das, was wir erhalten, die Menge aller möglichen Folgezustände. Also Mengen werden auf Mengen abgebildet durch diesen Übergang. Und die Definition dann ist im Prinzip genau so, wie wir es auch beim Fall der deterministischen Automaten gemacht haben. Wir haben den Grundfall des Wortes Epsilon, in dem wir einfach keine Veränderung in der Zustandsmenge sehen. Das heißt, Delta von R Epsilon ist gleich A. Und wir haben dann einen rekursiven Fall, in dem wir sagen, dass Delta von R mit einem Wort, das mit A beginnt, also nicht leer ist und anschließend ein Suffix F hat, äh, V, pardon, hat, dass die Funktion so definiert wird, dass wir Delta rekursiv auf die Zustandsmenge anwenden, die wir durch Delta R A erhalten, gemeinsam mit dem Suffix V. Also Delta R A, das ist die Einschritt-Übergangsfunktion. Im Prinzip haben wir die hier oben schon vollständig definiert. Das heißt, die ist gar nicht Teil der Rekursion, die ist gegeben. Die haben wir schon festgelegt für ein einzelnes Zeichen A. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir schreiben unsere aktuelle Menge R um, indem wir einen Schritt vollführen, den ersten Schritt mit dem A. Und die Menge, die wir dann hier erhalten, die benutzen wir und führen die restlichen Schritte aus, die noch verbleiben. Eventuell sind das 0. In dem Fall terminiert das Ganze. Genau genommen gibt es natürlich auch wieder, wie im deterministischen Fall, hier zwei Arten zu terminieren. Wenn Sie also ein längeres Wort haben, dann wird es irgendwann zurückgeführt werden auf ein Wort der Länge 1. Und für Wörter der Länge 1 haben wir ja schon definiert, was das Ergebnis sein soll. Das heißt, Sie müssen dann nicht rekursiv das nochmal in Epsilon umschreiben, sondern da ist eigentlich schon die Definition hier oben. Aber es ist auch klar und leicht zu sehen, dass das keinen Unterschied macht, ob Sie hier diesen Ausdruck mit V gleich Epsilon auswerten oder ob Sie einfach nur den inneren Ausdruck auswerten, da ja der Ausdruck mit Epsilon nichts ändert und den inneren Ausdruck ergibt. Okay, ich hoffe, da habe ich Sie jetzt nicht zu sehr verwirrt, aber Sie sehen, es ist eine einfache, rekursive Auflösung und sie terminiert, weil das Wort, was wir bearbeiten, immer kürzer wird. Okay, gut. Auf diese Art haben wir also eine verallgemeinerte Übergangsfunktion definiert. Und das hatten wir ja im deterministischen Jahr schon mal gemacht. Und der Grund, warum wir das gemacht hatten, war, dass wir damit eine Sprache definieren wollten. Die Sprache des Automaten. Wir haben gesagt, wenn die verallgemeinerte Übergangsfunktion für ein Wort uns in einen Endzustand bringt, dann ist dieses Wort ein Teil der Sprache. So hatten wir da argumentiert. Und so ähnlich werden wir das dann auch gleich hier machen. Lassen Sie mich vorher noch ein kleines Beispiel zeigen. Der Automat ist Ihnen bekannt, den haben wir schon ein paar Mal angeschaut. Dann können wir jetzt für diesen Automaten die Mengen berechnen für die allgemeinerte Übergangsfunktion. Die Menge der Startzustände ist in dem Fall q0. Das ist die einelementige Menge, in der nur klein q1 enthalten ist. Und wir können jetzt verschiedene Dinge ausrechnen. Ich beginne mal mit q0 für das Wort 0, die Eingabe 0 oder das einzelne Zeichen 0. Das ist einfach bloß das, was man erhält, wenn man von dem einen Zustand q1 aus die 0 liest. Weil das ist im Prinzip, was ich hier aufschreibe, ist eine Vereinigung mit einem einzigen Term. Und damit ist nur der Term aufgeschrieben. Und das, was ich dann erhalte, ist also die einelementige Menge q1. Also wenn ich aus irgendeinem Zustand von q0 heraus die 0 lese, dann kann ich nur in einem der Zustände landen, die in dieser Menge sind, nämlich die Menge mit q1. Das ist auch wirklich so, sehen wir am Automaten. Okay. Wenn ich von q0 ausgehe, die 1 lese, dann habe ich auch nur einen Term hier in der Vereinigung, weil ich auch wieder nur in einem einzigen Zustand sein kann, weil q01 elementig ist. Aber es gibt zwei mögliche Folgezustände, so wie hier oben definiert. q1 und q2 ist jetzt das Ergebnis. Wenn ich das jetzt verallgemeinere und für die Wörter 1,0 und 0,1 tue, dann können Sie das so ausrechnen. Also bei 1,0 haben wir rekursiv definiert, dass das die Menge ist, die man erhält, wenn man zunächst den Übergang von q0 aus für 1 tut und anschließend von dort aus noch den Übergang für 0. Und der Übergang für 1 ist hier berechnet. Das heißt, da kommt die zweielementige Menge q1, q2 raus und ich berechne jetzt also Delta ausgehend von q1, q2 mit 0. Was passiert, wenn ich in q1 oder q2 bin und da eine 0 lese? Wo könnte ich da hingelangen? Und das ist eben jetzt die Vereinigung mit zwei Termen, weil ich zwei Zustände habe. Zum einen sind das die Zustände, zu denen ich gelangen kann, wenn ich von q1 aus die 0 lese und zum anderen die Zustände, zu denen ich gelangen kann, wenn ich von q2 aus die 0 lese. Und beides können wir hier oben ablesen und wir sehen, von q1 aus kann ich mit der 0 zu q1 gelangen. Von q2 aus aber kann ich nirgendwo hin. Da gibt es keinen Folgezustand für die 0. Das heißt, wenn ich das Wort 1,0 lese, dann weiß ich, wenn ich im q0 angefangen habe, dass ich am Ende in dem einen Zustand q1 landen muss. Es gibt keinen anderen Lauf, der hier von der Startzustandsmenge q0 aus 1,0 liest. Auch wenn ich zwischendurch mal in q2 war, wurde diese Möglichkeit dann wieder verworfen, weil es da keine Folge zuständig war. Okay, also das kann man so ausrechnen und das Ergebnis stimmt mit dem überein, was wir hier oben sehen und uns überlegen können für diesen Automat. Umgekehrt kann ich auch das Wort 0,1 einlesen und da kann man sich jetzt vielleicht direkt mal überlegen, wo müsste man da hinkommen. Naja, wenn man erst die 0 und dann die 1 liest, dann hat man offenbar mehrere Möglichkeiten, wo man landen könnte. Man könnte in q1 bleiben oder man könnte nach q2 gelangen. Und das ist auch das, was diese Funktion hier ausrechnet. Das können Sie Schritt für Schritt nachvollziehen. Das ist genau die gleiche Art der Berechnung wie in dem vorletzten Fall, aber in dem Fall haben wir wieder nur einen Term, da wir, wenn wir die 0 gelesen haben, garantiert in q1 landen und nicht mehrere Möglichkeiten bestehen. Okay, also so kann man das ausrechnen und Sie sehen, die Menge, die wir hier erhalten, stimmt mit dem überein, was als Möglichkeiten sich ergibt, wenn man sich den Automaten anschaut und überlegt, wo man hingelangt. Und das ist ja auch das Ziel. Okay, jetzt wollte ich damit die Sprache von NFAs definieren. Und das ist jetzt die zweite Version, denn ich habe ja eigentlich die Sprache von NFAs schon definiert. Aber vielleicht ist es sinnvoll, manchmal ist es auch sinnvoll, mehrere Definitionen für das Gleiche zu haben oder mehrere Charakterisierungen, sollte man dann vielleicht sagen, für das gleiche Konzept, weil man in einem Anwendungsfall mit der einen Schreibweise und Formalisierung leichter zum Ziel kommt und in einem anderen Anwendungsfall mit einer anderen Schreibweise oder Betrachtung leichter zum Ziel kommt. Also man hat dann die Wahl der Perspektive und kann immer das nehmen, was am wenigsten Arbeit macht oder was am leichtesten verständlich ist. Okay, lassen Sie uns also die zweite Definition der Sprache eines NFA hier angeben. Und zwar mache ich das so, dass ich sage, der NFAM mit diesen Bestimmungsstücken hat die Sprache LM, die gegeben ist als Menge aller Wörter über Sigma-Stern, sodass diese verallgemeinerte Übergangsfunktion Delta Q0 W, also angewendet auf die Startzustandsmenge Q0 und das Wort W, eine Menge von möglichen Zuständen erzeugt, die nicht disjunkt ist mit der Endzustandsmenge. Mit anderen Worten, die einen Zustand enthält, der ein Endzustand ist. Also mindestens einer der Zustände, die ich als Menge hier erhalte, wenn ich W einlese als mögliche Zielzustände, ist tatsächlich ein Endzustand. Der Schnitt ist nicht leer. Sie sind nicht disjunkt. Okay, das steht hier auch nochmal auf der Folie zum Nachlesen. Vielleicht ein bisschen noch eine schönere Formulierung als das, was ich gerade gesagt hatte. Also mindestens einer der Zustände, die man durch einlesen von W von einem Startzustand aus erreichen kann, ist ein Endzustand. Okay, das ist das, was wir immer gesagt haben. Okay, was ich jetzt behaupte, ist, dass das keine alternative Definition ist und zu etwas anderem führt, sondern dass diese Variante natürlich mit der vorigen, in der ich über akzeptierende Läufe gesprochen hatte, übereinstimmt. Das heißt, dass wir das gleiche Ergebnis erhalten, dass wir hier nicht eine neue Art von Sprache, Sprache 1, Sprache 2 definiert haben. Okay, das von den Erklärungen her ist hoffentlich einleuchtend und nicht allzu überraschend, aber müssen wir schon noch vielleicht ein bisschen genauer drauf schauen, warum das so ist. Das heißt, ich möchte das jetzt beweisen. Und das geht ziemlich einfach und schnell, wie Sie sehen werden. Das wird uns nur zwei Folien lang beschäftigen. Solche Beweise, ich argumentiere ja immer, warum machen wir Beweise, was soll das überhaupt, gerade bei Dingen, die vielleicht offensichtlich sind. Ein Vorteil, gerade in diesem Fall, denke ich, wenn man so einen Beweis sich anschaut, ist, dass man auch ein bisschen besser versteht, wie die Definitionen funktionieren. Also wir haben ja irgendwie eine intuitive Idee von Läufen und von verallgemeinerten Übergängen und möglichen Orten, an denen wir durch ein Einlesen des Wortes herauskommen können, haben wir irgendwie übersetzt in eine mathematische Formulierung mit verallgemeinerten Funktionen und Mengen von Dingen und so weiter und Rekursion. Und es ist gut, wenn man versteht, wie diese Übersetzung funktioniert hat und wie die beiden Dinge zusammenkommen, und zwar auch mathematisch und nicht nur auf der ganz allgemeinen intuitiven Ebene. Vielleicht ergibt Sinn, aber das reicht ja manchmal nicht, um wirklich sicher zu sein. Also das heißt, wenn man versucht, etwas mit diesen Definitionen zu beweisen, dann verwendet man dafür auch die Definitionen und sieht, wie sie arbeiten und wie man daraus etwas ableiten kann. Okay. Außerdem kann man seine Intuition testen, weil, also wie ich schon gesagt hatte, Beweise oftmals ja nichts weiter sind als vorsichtige und gut durchdachte Erklärungen dafür, dass unsere Intuition korrekt war. Also wir wissen eigentlich schon, dass das gelten sollte oder wir haben die Vorstellung, dass das gelten sollte, wir haben das Gefühl, dass das gelten sollte und wir versuchen jetzt, dieses Gefühl in harte Fakten zu übersetzen. Also wir versuchen, Schritt für Schritt nachzuvollziehen, wieso das uns irgendwie einleuchtend erscheint, dass es das Gleiche ist, ob ich sage, es gibt einen akzeptierenden Lauf mit irgendeinem erratenen Übergang oder es gibt einen Endzustand in der Menge der Zustände, die ich erreichen kann, wenn ich das Wort einlese. Dass das irgendwie die gleichen Dinge beschreibt, ist ein bisschen, hoffentlich zumindest einleuchtend und wir wollen jetzt sehen, ob das wirklich funktioniert. Okay, gut, also ich behaupte Folgendes, es gibt einen akzeptierenden Lauf für das Wort W, genau dann, wenn diese Bedingung hier gilt, die ich Ihnen gerade schon mal in Sprache übersetzt habe. Also Endzustand erreichbar durch die verallgemeinte Übergangsfunktion. Okay, ich beweise diese Sache wieder, indem ich beide Richtungen trenne. Also hier gibt es ein genau dann wenn, das heißt, wenn ein akzeptierender Lauf existiert, dann gibt es einen Endzustand in der verallgemeinten Übergangsfunktion und umgekehrt, wenn es einen Endzustand in der verallgemeinten Übergangsfunktion gibt, dann existiert ein akzeptierender Lauf. Und das sind zwei unterschiedliche Argumente. Einmal geht man von dem einen aus und zeigt und konstruiert das andere und einmal geht man vom anderen aus und konstruiert das eine. Deshalb trennen wir diese beiden Dinge, weil es unterschiedliche Teilbeweise sind. Ich beginne mal mit der Vorwärtsrichtung. Also das heißt, wir nehmen an, es gibt einen akzeptierenden Lauf und wollen jetzt zeigen, dass die möglichen Zustände, die man von Q0 aus mit diesem Wort erreichen konnte, tatsächlich einen Endzustand enthalten. Okay, wie geht das? Kann man kurz drüber nachdenken? Sollte irgendwie, sollte intuitiv sein, ja? Also ich habe ja den Lauf. Das heißt, ich weiß, es gibt eine Reihe von Übergängen, die mich in einen Endzustand bringen. Und das Einzige, was ich jetzt eigentlich zeigen muss, ist, dass dieser Endzustand, in den ich mit dem Lauf gelangen konnte, tatsächlich auch von der verallgemeinerten Übergangsfunktion ausgerechnet wurde. Das heißt, die Menge, die die berechnet hat, enthält auch diesen Zustand. Denn es ist ja einer der möglichen Zustände, die ich erreiche. Und das möchte ich hier zeigen. Also zunächst einmal weiß ich, wenn dieser Lauf akzeptiert, dann weiß ich, er hat die Länge des Wortes. Und das habe ich hier schon dadurch gekennzeichnet, dass ich Qn schreibe am Ende. Und hier beim Wort auch Sigma n. Also das Wort hat n Zeichen. Der Lauf hat n plus 1 Zustände. So soll es sein bei akzeptierenden Läufen. Und außerdem ist der letzte Zustand ein Endzustand. Und was ich jetzt behaupte, ist, dass eben dieser Endzustand in der verallgemeinten Übergangsfunktion gefunden wird. Und damit folgt dann die Behauptung. Also wenn dieser Zustand da drin ist und ich weiß, er ist in F, dann ist der Schnitt von F und dieser Menge von Zuständen nicht leer. Er enthält ja mindestens Qn. Okay. Okay, an der Stelle kurze Pause. Wir müssen das natürlich schrittweise zeigen. Denn wir haben die Länge des Wortes hier freigelassen. Wir wissen also nicht, wie groß das n wirklich ist. Und wir haben diese verallgemeinerte Übergangsfunktion rekursiv definiert, indem wir uns immer wieder auf den vorigen Schritt beziehen. Das heißt, ich kann, es ist schwierig, direkt zu beweisen, dass Qn am Ende nach dieser ganzen Rekursion in der Menge vorkommt. Ich sollte viel besser auch etwas über die Zwischenschritte sagen können. Also nur zu zeigen, dass der Endzustand in dem enthalten ist, was ich erhalte, wenn ich das ganze Wort einlese, ist schwierig. Was viel besser ist, ist, wenn ich zeigen kann, dass jeder der Zwischenzustände, die hier im Lauf vorkommen, auch in der Menge enthalten ist, die ich bekomme, wenn ich nur einen Teil des Wortes lese. Das heißt also, dass ich in jedem Schritt den Zustand, der im Lauf tatsächlich vorkam, auch in der Menge sehe, die als Menge der möglichen Zustände nach diesem Schritt berechnet wird. Und das ist eine Induktionsbehauptung. Das ist eine induktive Behauptung, denn ich mache eine Aussage, die für jeden Zwischenschritt gilt. Nicht nur für das Ende, sondern auch für alle Schritte in der Mitte. Das heißt, das ist eine stärkere Behauptung. Ich behaupte nicht nur, dass Qn am Ende enthalten ist, sondern ich behaupte sogar, dass jedes dieser Qis, jeder dieser Zustände, auch in diesen Zwischenschritten enthalten ist, die ich erhalte, wenn ich sage, ich gehe von Q0 aus, von den Startzuständen aus, und lese den vorderen Teil des Wortes, der die ersten I-Zeichen enthält. Und das ist deshalb eine stärkere Behauptung, weil die Originalbehauptung da noch drin steckt. Wenn ich I gleich N setze, dann ist es genau das, was hier oben steht. Aber für die anderen Fälle habe ich die Zwischenergebnisse. Und die brauche ich, sonst komme ich da nicht hin. Und so ein Ergebnis kann man schön über Induktion zeigen. Darüber hatten wir schon mal gesprochen. Induktion, die Technik, mit der sie im Prinzip ein, ja, es ist wie ein Programm zur Generierung von Beweisen für beliebig lange Inputs. Also wir zeigen letztlich, wie man einen schlüssigen Beweis erhalten könnte für jedes beliebige N, indem man vom Kürzeren zum Längeren geht. Und bei Induktion macht man es genau rückwärts. Man beginnt mit dem Längeren und führt es zurück auf eine kürzere Variante, für die die Induktion schon bewiesen wurde. Und auf die Art argumentiert man dann, findet man in jedem Fall einen Beweis. Okay. Wie geht das? Induktionsanfang ist immer die Null, ja. In dem Fall I gleich Null bedeutet, wir setzen einfach I gleich Null ein und schauen, was die Behauptung dann eigentlich sagt. und die sagt, dass Q0, also QI, sollte in Delta von Q0 Epsilon sein. Epsilon steht hier, weil Sigma 1, Punkt, 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 Sigma 0 das leere Wort ist. Ja, also das, da sind noch gar keine Zeichen, Nullzeichen des Eingabewortes verarbeitet worden. Und es ist klar, dass man am Anfang in einem Startzustand sich befindet, also in Q0 und das ist genau die Menge, die Delta Q0 Epsilon angibt. So haben wir es ja definiert. Das war der Grundfall der Rekursion. Okay, Induktionsanfang. Dann haben wir, um die Induktion weiterzuführen, nehmen wir jetzt an, dass wir es schon für ein bestimmtes I gezeigt haben und zeigen, dass wir es dann auch für das nächstgrößere I zeigen können. Das heißt, Induktionshypothese, die Behauptung gelte bereits für I und der Induktionsschritt ist jetzt, wir wollen mit dieser Annahme für I plus 1 das zeigen. Und das funktioniert ganz natürlich, weil ja unsere Definition von Delta für den I plus 1 Fall, also für das, für die allgemeine Übergangsfunktion, für den nächsten, für das nächstlängere Wort, diese Definition war ja rekursiv und bezieht sich gerade auf die Übergangsfunktion für ein Wort, was 1 kürzer ist. Und das müssen wir jetzt letztlich nur einsetzen und dann wird das wunderbar funktionieren. Also Induktionsschritt I plus 1, ich weiß schon per Hypothese, dass QI in Delta von Q0 ist, wenn ich nur I Zeichen des Wortes W einlässe. Also für die ersten I Zeichen komme ich auch zumindest potenziell in diesen Zustand QI, den ich in meinem Lauf an I der Stelle hatte. Außerdem weiß ich, dass QI plus 1 einer der möglichen Zustände ist, die ich von QI aus erreiche, wenn ich Delta I plus 1 einlese. Also wenn ich das nächste Zeichen lese und ich bin gerade in QI, dann muss es möglich sein, nach QI plus 1 zu kommen. Sonst wäre das kein Lauf. Also es muss ja irgendwie eine Fortsetzung geben. Okay, und diese beiden Dinge zusammen sagen mir dann, dass QI plus 1 auch in diesem Ausdruck steckt. Dieser Ausdruck ist Delta von der Menge von Zuständen, die ich erreichen kann, wenn ich von Q0 aus die ersten I Zeichen einlese und als zweites Argument das eine Symbol Delta I plus 1. Also ich suche mir einen der Nachfolgerzustände aus dieser Menge. Und das ist die rekursive Definition. Das heißt, diese zweite Gleichheit ist direkt aus der Definition von dieser verallgemeinerten Übergangsfunktion entnommen. Also das heißt, wenn Sie wissen wollen, was ist Delta von Q0 bis I plus 1, dann steht da in der Definition der verallgemeinten Übergangsfunktion, dass das so aussehen muss. Und wir sehen aber auch gleichzeitig, dass dieser Zustand hier enthalten ist wegen dieser beiden anderen Dinge, die ich habe. Also QI selbst ist in diesem inneren Teil enthalten. Da kann noch mehr enthalten sein, ja, also diese innere Menge, die wir hier auswerten, da sind viele Zustände unter Umständen drin, aber einer davon ist QI. Und das heißt, wenn ich einen Schritt weitergehe, dann nehme ich die Vereinigung über alle diese Zustände oder über die Folgezustände aller dieser Zustände. Und wenn einer der Zustände QI ist, dann sind auch die Folgezustände von QI mit dabei. Und das reicht mir, um zu wissen, dass QI plus 1 dabei ist. Okay, gut. Okay, schauen Sie es sich noch mal an. Schauen Sie es noch mal in halber Geschwindigkeit, wenn Ihnen irgendein Teilschritt zu schnell war, aber ich hoffe, es ist wirklich nachvollziehbar. Sie können auch gern mal mit einem Beispiel das rechnen und sehen, ob es für den Beispielautomaten zum Beispiel funktioniert, dass man für einen längeren Lauf mit Nullen und Einsen zum Beispiel das so erhält, wie man sich das wünscht. Okay, das heißt also, wir haben hier mit sehr viel Detail, muss man wirklich sagen, gezeigt, dass die verallgemeinerte Übergangsfunktion wirklich alle Zustände, die man mit einem Lauf erreichen kann, tatsächlich in den Mengen enthält, die sie der Reihe nach produziert. Und das ist die eine Richtung des Beweises. Akzeptierender Lauf impliziert Übergangsfunktionen, führt zu einem Endzustand. Jetzt will ich die andere Richtung noch zeigen. Dabei nehme ich an, dass diese verallgemeinerte Übergangsfunktion also zu einem Endzustand führt, zu mindestens einem. Und ich möchte zeigen, dass es da einen Lauf gibt, der dem entspricht. Und da kann man jetzt mal kurz zurücktreten und überlegen, weil wenn man jetzt den ersten Teil gerade bewiesen hat, dann denkt man vielleicht, ja, das muss jetzt genauso gehen. Ich mache jetzt also irgendwie eine Induktion oder irgendeine Konstruktion, die also von vorne beginnt und die mir zunächst in meinem Lauf den ersten Schritt sagt, von Q0 aus, dann den nächsten und so weiter, bis ich am Ende bin. aber wenn man mal darüber nachdenkt und ein bisschen praktischer veranlagt ist und sich fragt, ja, wenn ich nur weiß, dass diese verallgemeinerte Übergangsfunktion in einen Endzustand führt, wie würde ich denn aus diesem Wissen heraus einen Lauf erhalten, wenn ich den Lauf suche, der da hinführt? Und da können Sie jetzt überlegen, ja, wenn ich von vorne anfange, dann müssten Sie zunächst mal wissen, in welchem Startzustand beginnen Sie. aber da haben Sie erst mal überhaupt keinen Zugang, ja, also Sie wissen, nach dem Einlesen des ganzen Wortes W landen Sie in einem Endzustand, aber welcher Startzustand da mal ganz am Anfang stand, das ist in weiter ferner, da haben Sie eigentlich keine Möglichkeit, das direkt abzulesen. Was Sie aber machen können, ist, Sie können wissen, in welchem Endzustand Sie herauskommen, denn Sie wissen ja, diese Menge hier enthält mindestens einen Endzustand, und das ist ja alles, was wir brauchen, wir suchen einen Lauf, der zu einem Endzustand führt, also wissen wir schon eigentlich, wo dieser Lauf enden muss, wir nehmen uns einfach einen von diesen Endzuständen, und wenn wir wissen, wo dieser Lauf endet, dann können wir von dort rückwärts gehen und uns fragen, ja, wie könnte man denn da hingekommen sein, also wenn ich jetzt sage, ich will zu diesem Endzustand, sagen wir mal, das ist der 42. Endzustand unter allen Endzuständen in meinem großen Automaten, den ich gerade betrachte, dann kann ich mich jetzt fragen, wie kann man denn, von wo aus könnte ich denn beim Lesen dieses Wortes zu diesem 42. Endzustand gekommen sein, und dann gehe ich rückwärts, und so suche ich mir meinen Weg zurück durch die Definitionen, oder durch den Automaten hindurch, bis ich irgendwann bei den Startzuständen Q0 ankomme, also die entscheidende Idee hier für diesen Schritt des Beweises ist, man muss von hinten anfangen, mit der Konstruktion, nicht von vorne, und das machen wir jetzt mal, also wir wollen einen akzeptierenden Lauf, Q0 bis Qn für W, und gehen rückwärts vor, und da können wir wählen, es kann ja sein, es gibt viele Läufe, die akzeptieren, es muss ja nicht nur einer sein, und das heißt, wir haben eine gewisse Entscheidungsfreiheit, aber uns reicht es, wenn am Ende einer rauskommt, der funktioniert, das heißt, als erstes wähle ich mir meinen letzten Zustand, und den wähle ich so, dass ein Endzustand ist, der in dieser Übergangsfunktion ausgerechnet wurde, und das Schöne ist hier, ich kann mich frei entscheiden, denn alle Zustände, die hier vorkommen, sind tatsächlich mit irgendeinem Lauf erreichbar, und das heißt, es ist nicht wichtig, welchen ich nehme, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, ich werde für jeden einen gültigen Lauf finden, und dann gehe ich rückwärts vor, sage für alle i von n bis 1, das soll also diese Iteration rückwärts darstellen, wähle ich mir ein qi-1 aus allen Zuständen aus Delta von, die ich erreiche von q0 aus, wenn ich nur die ersten i-1 Symbole einlese, also wenn Sie mal überlegen, wir beginnen mit n, das heißt mit der Länge des Wortes, das heißt wir suchen jetzt ein qn-1, welches man erreichen kann, wenn man von q0 aus die ersten n-1 Symbole einliest, also alles bis auf das letzte Symbol und sodass außerdem gilt, dass das qi, also das qn im ersten Schritt, ja erreichbar ist von diesem gewählten q-1 aus, wenn man das letzte noch verbleibende Symbol liest oder im allgemeinen Fall für i ungleich n das nächste Symbol in der Kette also wir wählen rückwärts Zustände aus, mit denen man von denen aus man über das dann zu lesende Symbol hingelangen hätte können zu dem Zustand, den wir schon als nächsten gewählt haben gehen also rückwärts in der Kette und die beiden Bedingungen, die wir da erfüllen müssen, ist immer wir müssen Zustände wählen, die tatsächlich von q0 aus erreichbar sind, wenn man den vorderen Teil des Wortes liest und wir müssen Zustände wählen von denen aus man zu dem nächsten Zustand hingelangen kann den wir uns schon festgelegt haben für diesen konstruierten Lauf okay, so können wir einen Lauf konstruieren und da kommen wir am Ende an die Stadtzustände und man muss jetzt noch mal ein bisschen argumentieren vielleicht, dass das wirklich funktioniert also zum einen ist wenn ich das so tue wenn mir das gelingt das so auszuwählen ist, dass ein korrekter Lauf da ich ja in jedem Schritt vorschreibe dass die Beziehung zwischen dem einen und dem nächsten Zustand so ist, wie man das bei Läufen erwartet ja, also wir erfordern, dass zwei benachbarte Zustände immer so sind, dass man von dem erfordern mit Lesen des entsprechenden Zeichens zum nächsten hinkommt das heißt, wenn ich es schaffe, so eine Kette an Zuständen zu wählen, dann sind das alles korrekte Übergänge und außerdem weiß ich, dass der nullte Zustand also wenn ich hier bei i gleich 1 ankomme und q0 wähle, dass das ein Zustand aus der Menge Delta von q0 Epsilon ist mit anderen Worten aus der Menge q0, also das heißt, dass ein Startzustand am Anfang steht und deshalb kann ich also auch sicher sein, dass das mit einem Startzustand beginnt das heißt, wenn ich so eine Folge wähle und die Bedingungen erfüllt sind, dann ist das ein Lauf was ich auch sehen kann ist, es ist ein akzeptierender Lauf da ich ja mit einem Endzustand beginne, das heißt, er endet in einem Endzustand also ich beginne die Konstruktion mit dem Endzustand, der Lauf schließt den Lauf ab in einem Endzustand und was man vielleicht noch argumentieren sollte, was hier nicht steht, ist, dass es tatsächlich in jedem Schritt möglich ist, so eine Wahl zu treffen das ist ja, das ist eine kleine Fallgruppe, wo man mal ein bisschen aufpassen muss bei Beweisen, man kann natürlich immer schön hinschreiben, wähle ein Element, was genau den Anforderungen entspricht aber es kann natürlich und manchmal passieren, dass so ein Element überhaupt nicht existiert, also wenn man so eins wählen würde, dann hätte man alles bewiesen, aber vielleicht gibt es Fälle, in denen man so eine Wahl nicht treffen kann und das heißt, man müsste sich hier noch überlegen, dass das tatsächlich eine erfüllbare Anforderung ist, also es gibt immer ein geeignetes QI- 1, was diese Anforderungen erfüllt und das kann man sich aber leicht überlegen, wenn man, weil man ja schon weiß, dass QI selbst rekursiv, also auch schon aus dieser, auf einer solchen Menge gewählt worden ist, das heißt QI selbst war ein Zustand, den man mit der verallgemeinerten Übergangsfunktion erreichen konnte, aber so wie die definiert ist, kann man ja Zustände in ihr nur dann erreichen, wenn sie von einem Vorgängerzustand aus mit einer der möglichen Übergänge erreichbar sind, das heißt also, die Tatsache, dass ich das QN oder QI im allgemeinen Fall schon ausgewählt worden ist, sagt, stellt mir sicher, dass es auch einen Vorgängerzustand gegeben haben muss, von dem aus ich zu diesem QI hingekommen bin, sonst wäre das gar nicht drin gewesen in dieser Funktion. Das ist ein bisschen skizzenhaft und man könnte das noch formaler machen, ja. Wir könnten hier noch, könnten hier noch mal eine Induktion machen, darüber zu zeigen, dass in jedem Schritt diese Bedingung erfüllt werden kann. Sparen wir uns hier. Ich hoffe, es ist klar genug. Okay. Das heißt, wir haben jetzt rückwärtsgehend den entsprechenden Anfangszustand wieder ermittelt und haben also gezeigt, dass es tatsächlich einen akzeptierenden Lauf gibt und dass also diese beiden Sprachdefinitionen genau zusammenfallen, entweder zu sagen, es gibt mindestens einen Lauf, der akzeptiert oder zu sagen, die verallgemeinerte Übergangsfunktion führt uns zu einer Menge möglicher Endzustände unter denen oder möglicher Zustände nach dem Lesen des letzten Symbols, die auch einen Endzustand enthalten. Diese beiden Sichten sind äquivalent. Und die zweite Sicht insbesondere, in der wir Mengen in Mengen überführen, die ist vielleicht auch ein wichtiger Hinweis und eine wichtige Intuition für das, was wir als nächstes tun wollen, wenn ich Ihnen nämlich erzählen werde über die Beziehungen zwischen deterministischen und nicht-deterministischen Automaten und insbesondere zeigen werde, wie man die ineinander übersetzen kann mit einer ganz grundlegenden und wichtigen Konstruktion. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis bald. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.